Guten Tag! Ja, das Jahr 21 beginnt nicht nur schwierig, sondern auch verschneit. Aber wir vom Aufstehen wollen mit euch gemeinsam Räume zum Aufwärmen aufmachen. Die Themenräume zum politischen Streiten, sich auseinandersetzen, Lösungen finden, gemeinsam sein. Diese Räume öffnen am 24. Januar um 18 Uhr und eingeladen sind alle Menschen, die den Gründungsaufruf unterstützt haben. Das sind über 125.000. Das ist ein richtig einmaliger, ein echt einmaliger Aufbruch in Deutschland. Und apropos Aufbruch, wir stehen hier vor dem Nationaltheater Weimar, wo die erste demokratische Verfassung der Republik Deutschland 1919 verfasst und beschlossen wurde. Das ist Verpflichtung. Und jetzt gleich noch ein paar Details zu den Themenräumen. Es sind jede Menge Themenräume vorbereitet worden. Ihr findet sie im Netz. Ihr könnt das nachlesen. Link oben im Text. Schaut es euch in Ruhe an, was für euch das Richtige ist. Und dann habe ich eine besondere Bitte. Lasst uns diese Themenräume gemeinsam besetzen. Streiten wir dort, diskutieren wir dort, finden wir Lösungen, gehen wir raus auf die Straße und in die Politik. Kommen wir gemeinsam ins Offene. Und wir dürfen nie vergessen. Selbst etwas tun, sonst passiert nichts. Ich danke euch.